Geschichte 6 Das Geheimnis des verzauberten Baumhauses Es war einmal ein kleines Mädchen namens Sophie, das in einem gemütlichen Häuschen am Rande des Waldes lebte. Sophie liebte Abenteuer und hatte eine unerschöpfliche Neugierde. Sie erkundete jeden Winkel des Waldes und hatte schon viele spannende Geschichten zu erzählen. Eines Tages, als Sophie auf ihrem Streifzug durch den Wald war, entdeckte sie eine versteckte Lichtung. Inmitten der Lichtung stand ein geheimnisvolles Baumhaus, das Sophie noch nie zuvor gesehen hatte. Es wirkte magisch und einladend. Voller Aufregung kletterte Sophie die Leiter hinauf und betrat das Baumhaus. Im Inneren erwartete sie eine Überraschung. Es war ein Raum voller Bücher, in dem sich ein riesiger, alter Buchband in der Mitte des Traumes befand. Das Buch war mit Goldlettern verziert und trug den Titel, das Geheimnis des verzauberten Baumhauses. Sophie war fasziniert und konnte nicht widerstehen. Sie öffnete das Buch und sofort wurde sie von einem funkelnden Lichtstrahl erfasst. Als sie die Augen öffnete, befand sie sich in einer wundersamen Welt. Vor Sophie erstreckte sich ein zauberhafter Garten mit sprechenden Blumen und tanzenden Schmetterlingen. Über ihr spannten sich kunterbunte Regenbogen, die den Himmel erstrahlen ließen. Sophie konnte ihren Augen kaum trauen. Sie hatte das verzauberte Baumhaus tatsächlich in eine andere Welt gebracht. Sophie erkundete die magische Welt und traf auf freundliche Waldgeister, die ihr von einem kostbaren Artefakt erzählten, dem Regenbogenkristall. Der Kristall hatte die Macht, den Wald mit lebendigen Farben und positiver Energie zu erfüllen. Doch der Kristall war verschwunden und der Wald verlor seine Magie. Entschlossen, den Regenbogenkristall zu finden, begab sich Sophie auf eine abenteuerliche Reise. Sie durchstreifte geheimnisvolle Wälder, bestieg majestätische Berge und überwand tückische Hindernisse. Mit jedem Schritt wurde ihre Entschlossenheit stärker. Unterwegs traf Sophie auf Freunde, die ihr halfen. Da war der schlaue Fuchs, der sie mit seinem Wissen unterstützte, und die mutigen Eulen, die sie mit ihren fliegenden Fähigkeiten begleiteten. Gemeinsam bildeten sie ein unschlagbares Team, das alle Herausforderungen meisterte. Nach vielen spannenden Abenteuern fand Sophie schließlich den Regenbogenkristall, der von einer bösen Hexe gestohlen worden war. Mutig stellte sie sich der Hexe und forderte den Kristall zurück. Mit Entschlossenheit und Mitgefühl gelang es Sophie, die Hexe zu überzeugen, dass der Wald die Magie dringend brauchte. Als Sophie den Regenbogenkristall wieder in den Händen hielt, erst rallte der Wald in einem wundervollen Licht. Die Farben wurden intensiver und die Natur erblühte in vollem Glanz. Die Tiere des Waldes jubelten vor Freude und bedankten sich bei Sophie für ihre Tapferkeit und ihren unermüdlichen Einsatz. Zurück im verzauberten Baumhaus feierten Sophie und ihre neuen Freunde ihr gemeinsames Abenteuer. Sie genossen die köstlichen Leckereien, die von den sprechenden Blumen zubereitet wurden, und lachten über lustige Geschichten, die die Eulen erzählten. Es war ein Fest der Freundschaft und der Magie. Am Ende der Nacht, als der Mond hoch am Himmel stand, verabschiedete sich Sophie von ihren neuen Freunden. Sie versprach, den Zauber des Waldes zu bewahren und immer wieder zurückzukehren, um neue Abenteuer zu erleben. Zurück in ihrem eigenen Bett lag Sophie und dachte an das fantastische Abenteuer, das sie gerade erlebt hatte. Sie fühlte sich dankbar für die Magie, die in der Welt existierte, und für die Freundschaft, die sie gefunden hatte. Mit einem warmen Lächeln auf den Lippen und funkelnden Augen schlief Sophie ein und träumte von weiteren aufregenden Abenteuern im verzauberten Baumhaus. Sie wusste, dass die Fantasie keine Grenzen kannte und dass in ihren Träumen alles möglich war. Und so endet die Geschichte von Sophie und dem Geheimnis des verzauberten Baumhauses. Gute Nacht, meine lieben Kinder, und mögen eure Träume euch in magische Welten führen, in denen Freundschaft und Abenteuer auf euch warten. Denkt daran, dass ihr die Helden eurer eigenen Geschichten seid und dass die Magie immer in eurer Vorstellungskraft steckt. Träumt süß und lasst eure Fantasie euch zu unvergesslichen Abenteuern führen.